tada ist ein wunderschönen guten tag heute will ich wieder was nicht zeigen aus dem waldi jawoll aus dem haldi waldi eine sitzbox hier zum boxen und sitzen nicht zum hinsetzen gerade machen das alles seht wir haben uns mal angucken steht drauf 40 x 40 einfach und schneller aufbau ohne werkzeuge braucht kein werkzeug dazu mit gepolzerter sitzfläche und mit 100 kilo kann man da drauf mit 100 kilo kann es schon drauf sitzen wenn 120 kilo wiegt wird es kritisch die anleitung also wenn man es nicht mehr braucht kann man es auch in der ecke stellen oder in dem luftsack luft rein machen stabilitäts boden kommt hier da habe ich es rein gesteckt und dann da muss ich jetzt einen lachtaus stopp machen das bringt mich an die Ich habe Angst, wie die Wiese drin ausschaut, soll ich euch mal in den Deckel da reinstecken mit dem Kopper? Rein mit euch! Seid doch schön erschrocken, oder? Blastig, morgen keine Ahnung, aber einfach... Also, echt ein cooles Teil, kann man empfehlen hier, alles drinnen. Und, kann man kaufen. Kauft's euch, Leute, kauft's euch beim Aldi. Tschüss, bis zum nächsten Mal.